Herzlich Willkommen beim neuen Landwirtschaftssimulator und da fahren wir schon aus mit dem deutschen Traktor. Ich glaube das ist ein Deutsch. Steht da Stuck. Stuck 3F. Was lustig ist, wir haben da einen Steuerhelm angemacht. Kann man gut gehen. Und eine Gasmaske, weil man weiß ja nie. Ich antäusche wieder einer Deppert. Komm ich bremse dich aus. Scheiß Typ, den dring ich auch. Weil er ist fetter als wieder einer. Kleiner Bastard. Verstehen Sie mir so schwul. Ja siehs, geht jetzt der Reistepper da. Kannst du dich nicht treffen. Wir sind am Starr. Laufen, da raus geht's. Jetzt hör auf da hinter mir. Lauter Penner. Kannst du nicht in Ruhe da umfahren und sein Feldbeackern. Das war schon ein Verdachtsschuss und gesessen hat er. Juuuuh. Die hat ihn nicht einmal gesehen, dass er jetzt rot war. So wie der jetzt hat. Aber wahrscheinlich verkackt gesehen wieder. Er hat ihn nicht einmal getroffen gesehen. Das gibt's ja nicht. Ich schiess mir ein Wegel runter. Jetzt bewegt er sich auch noch. Hm. Kannst nicht stehen bleiben. Der einfach... Oh oh. Eine anholen und dann ist Juh. Der macht mir jetzt mehr. Der macht mir jetzt mehr. Okay, ich hab mich nicht mehr angemacht. Ich hab den Freund umgebracht. Was sagst du denn jetzt? Ich muss aufhören ins Labern. Scheiße. Ja, weil ich mich selber angelenkt hab. Oh wurscht. Für den Anfang war es nicht schlecht hier. So ist Schluss mit Labern. Hinter mir soll... Ich hab zu viel Hintergrundgeräusche. Und das will ich euch nicht auch tun. Aber da dauert wer genau da und käme. Da, hörst du. Da. Nyeh, nyeh, nyeh. Also, bis später. Ich hab's gehabt. Jetzt fuhre einmal schliehen, jetzt geht es rund. Jetzt ist es nur schon da in dem Mund. Also, der oder nicht kann, ist es auch schon da in der Tür und die Tür. Hier ist es noch ein Stück weit, ist es für alle, es ist es für alle, und das ist es für alle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Kille, die Schmutzung von der Tür. Die Schmutzung von der Tür. Kommt der da einfach dahergeräut, Alter! Es wird so geklickt, dass ich den vom... ...gesehen hab, vom Augenwinkel her. Er stirbt auch! Du kannst mich doch nuggern. Nein! Spät! Wasch! Oh, wurscht. Aber eine gute Runde war es halbwegs. Auch halbwegs gute Runde. Leider. Ein Treibanzer zerstört. Das geht aber. Da ist schon ein bisschen was ich kriegen dafür. Schau mal rein. Nein! Nein! Aber ihr habt, was müsst, was müsst. Es ist vorläufige Ergebnisse. Es war aber nicht schlecht. Tschau Leute!